Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Wochenende und ich spiele World of Things und wir spielen so wie immer vier Runden von rechts nach links, immer wenn ein Stern verschwindet. Also mal zwei Sternen, wenn das weg ist, gehe ich weiter zum nächsten. Und so weiter und so fort. Also wenn ich jetzt nur gewinne, werde ich bei den Sherman ankommen. Also dann, viel Erfolg und bis gleich. Und die erste Runde geht auch schon los mit dem T-34. Ich dachte zwar, dass ich den wahrscheinlich nicht mehr spiele, aber der ist ja doch noch da. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ein AFK, ein T-34. Kein Problem. Ich bei dem seine Position. Ich werde hier erstmal ein bisschen begleisend langfahren. Suche mir ein bisschen Deckung bei den Häusern. Ich hoffe nicht, dass ich getroffen werde. So, ich gehe einmal hin. Zum Anvisieren, aber hier ist nichts. Ah, da jetzt kommt einer. Eieieiei. Ich habe mich nicht erwischt. Ach, du schießt auch gegen die Wand. Okay, weg ist er. Nicht wegen mir. Wahrscheinlich war er wegen mir ein bisschen abgelenkt, weil ich gegen die Wand geschossen habe. Mensch, jetzt fährt er da lang. Dies ist auch. Okay. Und, 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 und. Ah, shit. Okay, der ist auch weg. Ah, ja, ich habe wenigstens dreimal getroffen insgesamt. Und, 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 und. Okay, nice. Den haben wir jetzt. Und, 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 und. Das war der letzte. Sieg. Erste Runde, gleich erster Sieg. So kann es weitergehen. Schauen wir mal auf die Bewertung. Oh, noch 484 Schaden einzerstört. Immerhin, Nummer U3 habe ich gekriegt. Ich gleich mal ein Video angucken, damit ich mal Punkte kriege. Oh, ich werde doch ganz schön schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf Platz 8 würde ich mich sehen. Hm. Nächste Runde wird besser. Dann bis gleich. Und in die nächste Runde geht los mit der SU-85. Das wird bestimmt gut. Ich habe gerade schon einmal gewonnen. Erste Runde, erster Sieg. Und jetzt müssen wir auch wieder gewinnen. Ist das ein Pflichtprogramm, oder nicht? Warte mal, ich kann noch da hinten hingehen. Kann ich die auch für ein Dingens angreifen? In der Wüste. Wenn da bei ist. Oh, da fährt schon einer lang. Ganz schnell. Okay, da komme ich nicht hin. Und da auch nicht. Aber ja. 200. 1, 2, 3, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 6, 7. 6, 7. 7, 8. 5, 7. 7, 8. Sie haben sie voll erwischt. Okay. 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 So, baby, Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht er hier? Tritt der Gans halt in den Kreis? Da will er bestimmt ein Loch bohren. Ach so, den Tiefchenpreis habe ich gekauft. Den werden wir nicht mehr sehen. Gut, weiter geht's. Im nächsten Runde erstmal schauen, wie hier das Ergebnis ist. Von meinen nicht so guten Runden. 1.000 Spawner Schaden. Wer ist vorher? Aber verloren. 1.000 Spawner Schaden. 1.000 Spawner Schaden. 5.000 Spawner. 5.000 Spawner. Platz Nummer 4. ok war gut für mich aber verloren aber jetzt viel spaß und die dritte und die dritte runde geht los mit der su 85 mal wieder wir werden schauen ob wir diese runde gewinnen können so dann würde ich mal sagen fahren wir hier irgendwo hoch gleich der erste schuss sehe ich leider nicht aber und 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 Ich werde am Visierd. Ok, Kontenzicherheit. Wir haben sie unerwischt. Ergerlich. Zwei, drei, okay. Aber ich habe einen Kill gehabt. Ich habe einen Kill. Oh oh, nur noch der. Ja, ging drei. Kuhu. Egal, egal. Nächste Runde. Die wird besser. Viel besser. Niederlage. Schauen wir mal, wie gut ich war. Wer nicht denn sie zwei Gegnersche Panzer? Habe ich gemacht. Die Quest abgeschlossen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Platz neun. Ich war schon vierter gewesen. Hier ist der Platz neun. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde wird besser. Bestimmt. Runde Nummer vier. Und wieder mit der Su85. Die will einfach nicht gewinnen. Zerwägung. Gas Punkt A. Oh, ich wollte getragen was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hm. Noch so einer und die sind fertig. Volltreffer! Wir haben sie! Jawoll! Noch so einer und die sind fertig. Noch einmal, dann ist er weg. Noch einmal! Wir haben sie! Okay. Ah, was war denn das wieder? Kommandant verbundet! Wirkungstreffer! Ah! Jaja, ich habe zwei gekillt. Oh, das sieht schlecht aus. Ah, ganz schlecht. Ah, nein! Da habe ich mal zwei gekillt und dann haben wir noch verloren. Das hätte Punkte gegeben, wenn wir gewonnen hätten. Ah, schade. Dann schauen wir mal. Ein kill. Wenn ich zwei gekillt hätte. Egal. Oh! Eins, zwei, drei. Der drittbeste. Das ist ein schönes Ende für den jetzigen Tag. Gleich geht es weiter mit dem nächsten Tag. Und ich sage ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nichts mehr seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Ciao, ciao!